Ich glaube, das hier ist mit Abstand ein geilstes Bauprojekt überhaupt, Max. Oh, der ganz... Oh, Junge, das ist ja ekelhaft. Oh, Junge, sieht das geil aus. Wir hatten noch gesagt, Trymanks muss sterben, richtig? Genau. Fabo ist nicht da. Ich gehe mal kurz zu Trymanks auf den Discord. Mal kurz mit dem reden. Hallo? Alter, da bist du. Boah, Junge. Nice, dass du kommst. Ich habe dir bei WhatsApp geschrieben und sofort kommst du. Okay, Max. Ja? Akzeptiere ich. Let's go. Du hast auch nicht mehr Geburtstag. Ich habe auch nicht mehr Geburtstag. Also, das ist das Ding, ich habe das gestern gesagt allen in meinem Chat, dass, wenn du das nicht willst, ne, ernsthaft, und sagst, ne, das würde mich wirklich stören und nerven, dann machen wir das auch nicht. Das habe ich gestern gesagt und das ist auch fein für mich dann. Lassen wir das? Let's go. Eine Frage, die ich mir jetzt nur stelle, dann haben wir beide jetzt Frieden, Max, ne? Mhm. Diesen hier. Dann münd ich den Auftrag einfach von Fabo auf Romatra. Der wollte eh aufhören mit Craft Attack. Ja. Das passt, oder, Romatra? Der ist gemutet, das passt. Super. Romatra hat auch angefangen, bei dir im Haus eine riesen Villager-Farm zu bauen. Was hat der? Ja, ich glaube, der wird ganz viele Villager in deinem Haus züchten. Was? 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 Ja, die sollen in deinem Haus leben für den Handel. Wo denn? Für die Lags. Ich weiß nicht, irgendwie in deinem Haus. Ein Villager-Farm mit tausend Villagern. Ne, 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 du verankst mich. Ey, Leute, dann müssen wir jetzt Fabo mal organisieren und dann haben wir doch einen Deal. Ich hab dir 250 Dias bezahlt. Dann muss halt jetzt... Wo hast du die eigentlich her? Ich hab Geburtstag, Kevin, okay? Trimax, dann haben wir jetzt tatsächlich Frieden. Das ist geil. Dann ziehen wir das zurück. Du musst dir keine Sorgen machen. Aber... Ja, dann müssen wir Romatra halt töten, ne? Was ist, wenn wir Chef Strubbel töten? Das würde ich ultra enjoyen. Würdest du das supporten sogar? Warum wollt ihr mich jetzt töten, ne? Wegen der... Vernichten? Ich... Mir gefällt das, was so radikal ist. Sobald irgendjemand auf der Kleinigkeit Regen Romatra macht, strengt er sich komplett in die Luft und reißt alles mit in sich in den Abgrund. Das Ding ist, ich hab halt Geld bezahlt, ne? Dann töte ich mich anders. Mir egal. Wenn du mich tötest, dann werde ich dein Haus zerstören. Ich werde dich nicht töten. Ich meine das vollkommen ernst. Ich werde dich nicht töten. Hier, ich darf generell immer an alles mit einbezogen werden. Okay, was halten die davon? Es wäre nur wirklich sehr, sehr schön, wenn die Orga-Rolle da nicht mit reingezogen wird, weil das ist dann nicht wirklich trennbar immer, ne? Ach so, ach so. Aber bei Max war es trennbar gestern, oder wie? Bei Max war es trennbar. Bei Max ist es trennbar. Max hat mehr Reichweite. Boah, Spark, ey. Schon wieder das Gleiche wie gestern. Wahnsinn. Was? Dass ich wieder hinterher gebrochen bin? Mhm. Tut mir leid, der ist von dir vorgeleitet worden. Ich baue jetzt einen riesigen... Ich baue jetzt einen riesigen Trimax ab, wo alle Leute reingehen können. Ich baue jetzt ein... Ja, wir können feiern. Nein. Ich baue... Nein. Wir machen ein Lagerfeuer drin. Ich würde da drin wohnen, tatsächlich. Ich baue jetzt... Okay, Trimax, ich baue dir jetzt einen riesigen... Ich baue dich jetzt selber, der sein eigenes aufzieht. Und da kann Romatra und Jitam und alle können da reinlaufen, okay? Ja, geil. Romatra, du bist... Romatra, du steckst ja wohl am tiefsten. Romatra, du... Was habe ich denn damit jetzt zu tun? Alter, hier hat jemand den gleichen Trimax gebaut wie Trimax, nur viel geiler mit Sauron. Chillig. Max, soll ich den Fösch-Skin bauen? So sprich ich mir das aus. Fösch, oder? Richtig. Fösch. Ja, den Fösch-Skin oder dich als Menschen einfach? Wenn du schaffst, mich als Menschen, aber das wird doch ziemlich hart, oder? Sagen wir lieber den Fösch. Nee, ich... Also ich habe jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt für den Fösch gefarmt, aber ich kann auch dich als Mensch bauen. Ich würde den Fösch mehr fühlen. Echt jetzt? Ich fürchte, ja. Ich glaube auch, dass der... Ja? Was ist denn hier mit deiner Stadt der Träume? Die ist, äh, am Bienen. Ich könnte doch... Ich kann doch jetzt nicht einfach ein riesiges... ... hier hinbauen, oder? Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon, einfach nur eine Öffnung. Du brauchst einfach... Der muss echt riesig werden, der Fisch, ne? Mhm. Dass das gar nicht so auffällt. Max, darf ich den an deinen Turm bauen? Dass der deinen Turm umarmt? Nee, das ist sch... Was? Weißt du, wie geil das wäre? Man kann dann durch den... ... in den Turm rein. Nee, das ist nicht so gut. Das macht man lieber schön daneben irgendwo. Hier kommt der... ... hin? Ja. Was denn? Der muss ja in deiner Nähe sein, Kevin. In meiner? Ja. Ich sehe ja nicht. Doch, du musst nur die Treppe runtergehen. Romatra kann direkt von seinem Haus aus reinspringen. Genau. Ja, aber der muss extrem zugänglich für mich sein. Ja, für Chef Strobel ist der auch sehr zugänglich. Zeig mal, wo baust du denn jetzt? Wo baust du denn jetzt? Geh mal bei dir die schwarze Treppe runter, Romatra. Ja? Das ist ein Prank. Der ist direkt in den Scharrensturm. Ich sehe ihn nicht. Ja, ich bin ja auch gerade hier am abbauen. Ich muss dir noch ein bisschen Platz machen. Ach, hier? Ja, ja. Oh, das ist ein guter Platz für den... Ja. Oder? Da werde ich oft vorbeischauen. Das denke ich doch. Wir sollten den von innen mit Diamanten und brauner Wolle ausstatten. Das Gute ist auch, dass es direkt bei Spark in der Nähe ist und der muss dann immer weggucken, weil sonst wird jede Folge entmonetarisiert. Nee, das darf nicht so auffällig. Das ist einfach nur eine Person und da ist dann halt irgendwo... Ja, ja. Was schön ist, dass wir den Ozean heute aufkriegen, ne? Wie bitte? Ich bin zuversichtlich, dass wir den Ozean heute trocken kriegen, ne? Oh, das klingt wieder richtig nach... Riechen, geil. Spark, das tut mir so leid. Das ist einfach ein Loni-Gag. Ich finde, Trimax sollte einfach Merch mit seinem... drauf verkaufen. Den würde ich sogar kaufen. So sehr würde ich ihm in den... Riechen, dass ich sogar den... Riechen würde. Romatra, du bist wirklich so schmierig. Wirklich, du bist einfach glitschig. Aber angenehm glitschig, ne? Ja, der ist... Romatra ist einfach Vaseline. Wie viel Pixel hat ein Minecraft-Skin, Spark? Keine Ahnung. Schlecht. Du bist schlecht, Felix, das muss man wissen. Ich hab noch nie einen Skin selbst gepixelt, also. Junge, man muss in den... Übrigens reinfliegen, ne? Soll ich die Hose runterlassen von dem Skin? Was ist gekommen? Uschi? Max, wie möchtest du es haben? Möchtest du, dass die Hose hinten den... Offen hat oder dass die runtergelassen ist? Ja, so ein kleiner Riss in der Hose. Da kann man dann reinfliegen. Hallo, wer ist da gekommen? Wer ist gerade gekommen in den Discord? Boah, geile Legs, let's go. Alter, geiler Typ. Chef Strobel? Wir haben gerade von dir geredet. Ja. Max, steht das jetzt oder nicht? Wir haben ein Ranking aufgestellt. Wer Lifetime gesehen, mir am heftigsten in den A** gekrochen ist in all der Zeit. Ich glaub, du hast gewonnen. Nee, eigentlich Roman hat er. Oder welchen Platz hab ich gemacht? Den ersten. Heiß. Müssen wir jetzt gratulieren. Wie entsetzt, Alter. Man kann nicht hier zu leicht pranken als School-Pchecher, Rube. Wir haben nicht so ein Ranking gemacht, du bist auch nicht Platz 1. Wie entsetzt der Fass. Ich find's ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Was sagt ihr, Chats? Wie findet ihr's? Ich muss die Augen ein bisschen nach außen machen. Max, dann krieg ich Dinge gleich fertig, ne? So schnell, das ist dann Kacke geworden. Schade. Was? Ich hätte es gut gefunden, wenn es nice gewesen wäre, aber dann machst du halt Scheiß. Du weißt doch noch gar nicht, wie es aussieht. Du kannst nichts Heftiges in 30 Minuten bauen. Klar kann ich das. Ich bin Revinzeit. Na, deswegen ja. Und ich bin Gamer. Oh, Junge, sieht das geil aus. Oh, Scheiß, Alter. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, Gott, Junge. Oh, Gott. Hä, wer hat dir geschrien? Hier hat gerade ein Baby bei mir im Haus geschrien. Ich hab ein Kind bekommen. Was war das für ein Sound? Hä? Wie unangenehm. Der Fuchs. Ach, Scheiß. Der Fuchs. Kevin. Was sind das für ein Kno-Lippen, Alter? Guck mal jetzt. Also, ich weiß jetzt gar nicht. Also, ich sag ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob schli... Also, im Moment kann ich nicht definieren, ob die Leute, die da reinkriechen in den Arsch schlimmer sind oder die Fischungste von allem ist. Also, ich sag ganz ehrlich, Max, ich will in deinen Arsch nicht reinkriechen. Da verzichte ich freiwillig drauf. Das ist ja ekelhaft. Was hast du gemacht, Revi? Revi, erzählts. War wir das bei mir im Stream zeigen oder gibt es das Problem auf Twitch? Boah, Junge, das ist ja ekelhaft. Digga. Revi, kann man sich das angucken oder ist das schwierig? Nee, nee, ist alles gut. Ja, angucken kannst du es dir, aber... Ich weiß halt nicht, ob du sagen wirst... Na, egal, guck es dir einfach an. Oh, Junge. Eine Mütze fehlt noch, oder? Kommst du her, Max? Ich brauch echt noch deine Hilfe. Kannst du kommen? Ich bin fast fertig. Jetzt ist hier gerade die letzte Schicht. Max, Mann, du machst das viel zu kompliziert, dass es voll anstrengend dauert, weil du die ganze Zeit von diesen Skeletten angeschossen bist. Wir haben gleich Tageslicht. Wir haben gleich das Wasser weg und dann ist sofort Tageslicht. Ja, dann sag mir Bescheid, wenn Tageslicht ist, dann komm ich. Oh, der hat keinen Bock mehr auf dich, Max. Deine Schergen wenden sich gegen dich. Eine Propellerkappe. Leute, sollen wir ihm eine Propellerkappe machen? Da sehe ich ihn mit. Ich glaube, das hier ist mit Abstand mein geilstes Bauprojekt überhaupt, Max. Ey, Chat, das ist doch absolut geil, oder? Das ist doch mega nice geworden, Mann. Das sieht so krass aus. Holy S***. Schau, jetzt kannst du ganz kurz mit mir kommen. Das dauert hier noch einen kleinen Moment. Ich kann die nicht alleine lassen, Mann. Ich muss denen helfen. Max, bitte ganz kurz gucken, bevor ich gleich weg bin. Ich muss immer bei allen immer gucken. Okay, dann sag Chef Strobel, dass ich erst bei Ihnen in vier Tagen gucken kann. Okay, Chef Strobel, der guckt erst bei vier Tagen. Max, komm. Okay, ich fliege hinterher. Das ist so assi. Sag mir jetzt, was du davon hältst, okay? Das ist nur ein Prototyp. Also, mein Turm ist erstmal ziemlich sick, oder? Hättest du nicht mit gerechnet, dass ich sowas krasses durchziehe, oder? Guck mal hier, man kann hier hinten reinfliegen. Ja. Man fliegt hier quasi in den A** rein. Das ist jetzt der Fischskin. Genau. Ja, wie findest du ihn, Max? Ist doch saustisch. Wir können alle hier hinten reinfliegen, oder? Alle können jetzt in deinen A** reinkriechen. In Craft Attack. Ich find's saugeil. Not bad, Alter. Eigentlich geil, oder? Das hast du relativ schnell gebaut, ne? Und das ist nicht schlecht geworden, oder? Ja, das ist direkt vor meinem Turm, aber jeder, na gut. Da findet das dann auch jeder. Danke, dass du das gebaut hast. Ich muss jetzt schnell zurück zum Wasser. Gar kein Problem. Danke, dass du das gebaut hast.